Mein Name ist Tatjana Mings, ich bin die ärztliche Direktorin des Asklepios Fachklinikum Teupitz. Ich leite als Chefärztin die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Wir haben ein bereites Behandlungsangebot für psychische Erkrankungen. Wir behandeln sozusagen auf verschiedenen Stationen mit insgesamt 204 Betten am Hauptstandort Teupitz, vor allen Dingen Suchterkrankungen mit zwei Stationen. Dann haben wir vier psychotherapeutische Stationen, wovon eine sozusagen auf Traumatherapie spezialisiert hat. Eine Station ist darauf spezialisiert, sich mit Stimmungsschwankungen oder Kontrollstörungen zu beschäftigen. Eine Station macht Psychosetherapie. Dann gibt es eine Station, die sich geschützt ist, sozusagen um schwere Krisen zu behandeln, in denen sich Menschen befinden. Dann gibt es noch zusätzlich eine Station für Depressionen im Alter und auch eine Demenzstation.